Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott What the fuck, alter, oh das Moin Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2 Ja, gestern war das Reveal Event von Modern Warfare 3 Und ich denke mir jetzt so, dass wir einfach mal nachspielen können Also es geht ja noch zwei Tage lang, oder drei, und ich dachte zwei Ähm, und ich muss ja eh noch ein paar Awards, also einen Award freischalten Und also hier könnt ihr zum Beispiel auch die neue M13C freischalten Und damit wir es auch auf unserem Kanal gesehen haben, alles Ich hab ja auch noch nicht die ganzen Cutscenes gesehen Ich hab bisher nur das Gameplay gesehen Also werden wir mal klein gleich da reinschnuppern Und ich werde erstmal nochmal kurz hier die Effekte ein bisschen leiser stellen So, dann rein da All Shadows, this is Gold Eagle Asheville Welcome to Operation Rogue Arsenal Russian paramilitary known as the Kony Group Are manufacturing and stockpiling chemical weapons Posing a direct threat to global security Your tasking is to destroy their facility And secure the chemical weapons cache Your commander on this op is Philip Graves Call sign, shadow 01 If you wanna get shit done He's the man you want in charge 01, you have the con Thank you General This is an airborne to ground assault On the Kony occupied Zaya Observatory Intel reports a subterranean level Is currently hiding an arsenal Of chemical munitions Big enough to take out The Middle East And Europe Our primary objective Is to keep that from happening We're gonna do that in four phases The first of which will be to infill from the air The target's currently defended by active SAM sites Our planes will be taking direct fire So expect a bumpy ride From the offset LZs All Shadows will mobilize to your first objective One of eight enemy missile launchers Located around the perimeter of the observatory You will take over your assigned launcher And on my mark Initiate a focused fire attack Destroying Zaya And blasting ourselves one colossal entry point Into that underground complex Once inside You will locate the chemicals Collect as many canisters as you can And double time to an extract point Where you will expill your cargo And yourselves This will not be a walk in the park But high risk is high reward I'll be with you on comms Now are we good to get some? Yeah Say we good to get some? Yeah Alright Let's get locked below Schon mal ein nicer Auftritt hier von Guess Äh Grace Alter wie nice Ja wir müssen übersetzt Diese acht Missile Launchers Aktivieren und für uns ansprechen Damit wir Das Zaya Ja unser Ratorium Danke schön Man die labern hier die ganze Zeit Ähm ja Jetzt müssen wir diese acht Denner hier Mann alter man Die Musik ist halt so laut So Jetzt Müsst besser sein Ähm nochmal Also diese acht Missile Launchers Müssen wir jetzt hier einnehmen Damit wir Zaya Observatorium Schön Zerstören können Und dann in die Bunker In den Bunker da reingehen können Um Das Gas Rauszuholen Weil das anscheinend sehr wichtig ist Boah Okay Hier mein Team Also wir Wir kämpfen alle Gemeinsam hier In dieser Lobby Für die ganzen Raketen Das ist auch immer gar gar nichts Ja war klar doch Grace Ah je Echt geiler Auftritt von Grace Hier Das ist schon die neue M13 Ich sehe Macht schon ziemlich viel Spaß Ja Ähm Es wurden ja auch jetzt neue Sachen Für Mold of Warfare 3 Gesagt Und auch wirklich bestätigt Und zwar sowas wie Reload Cancel Slide Cancel Zombie Mode Also die Hieß glaube Overlord Oder sowas Weiß ich jetzt nicht mehr so ganz Auf jeden Fall Sehr sehr geile Sachen Dann Kommen die ganzen Maps Aus MW 2 2009 Wo ich mich auch super freue Oh my god Das wird so geil Ähm Die Kampagne wird auch Mega nice Dass Ähm Die Levits werden dort auch ziemlich Äh Offen sein Also du kannst So entscheiden Was du machen Okay Oh hier kommt ein M-Rep Ja endlich ein M-Rep Ich will den M-Rep Oh Oh Nein ich wollte ihn fahren Na gut Warte Nee Ich will den Helikopter Sorry Ich will den Helikopter Nein Brudi 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 Bitte Nein Nein Gibt es hier noch einen Helikopter Als ob der jetzt den einzelnen Helikopter mitgenommen hat Ah ok Dann fahren wir halt mit dieser alten Äh Subkarre Na gut Jetzt alle Raketen Eingenommen Ok Missile Hart Neun Sekunden Beginnen das schon Warte mal Ich muss mir so einen Guten Aussichtspunkt Hier finden Oh scheiße Ja hier bin ich doch Eingepunkt Warte 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 Die starten schon Scheiße Da Seht ihr die Raketen Die hier starten Ok Ich Guck mal hier Oh my god Oh my god Oh my god What the fuck Alter Oh das sind sogar meine Das sind sogar welche gestorben Alter Observatory Zerstört Ok Ich muss erstmal da hochkommen Ok Wir müssen jetzt in die Bunker rein Ok Bunker found X4 Gas Gaskanister Gut Danke Äh Grace und General Schabott, wir müssen jetzt diese Gaskanister holen und die dann in den Heli reinpacken. Boah, die haben mich schon hier krass weggeschaut. Ah, guck mal, hier ist doch schon einer. Ah, sogar mit Third Person. Äh, na, gehen wir doch, gehen wir den Oberern, komm mal, gehen wir ganz hoch. Boah, Junge, hier ist eine Menge an Gegnern. Wo ist der Ex-Fill? Alter, da ist der Ex-Fill. Rennen, Uli, rennen. Ich find's auch geil, dass alle den gleichen Skin haben. Nein, das ist hier jetzt nicht passiert. Ich bin gestorben. Nein, nein. Aber zum, hab ich ein Selbstbilderbelebung. Ja. So, Kanister da. Boah, das wird lange dauern. Gut, dann los, weiter. Alles rausholen. Los, los, los. Wir haben ein bisschen ein Beeper-Ready-Ormung. Okay, da sind noch ein paar Kanister. Na. Oh, rein, 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 rein. Oh, fuck das, ey. Er exportiert alles. Schnell, schnell, schnell. Boah, soll ich den anderen Weg gehen? Ich geh' um... Ah, scheiße, meine Gasmaske ist kaputt gegangen. Fuck, 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 fuck. Ich, äh, ich zieh' nicht irgendwo eine. Oh, hier. Scheiße, Juggernaut in Braun, du, das ist ein fetter Heli. Oh, shit, 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 oh nein. Oh mein Gott, mein Charakter lag, komisch, 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 weiß ich nicht, was das da war. Okay, platziert. Wir brauchen nur noch 15. Geh weg, du Feier-Ready. Nee, der ist so viel Stroh, Alter. Wie kann der fliegen? Oh, shit. Oh, fuck doch. Meine Güte. So sehen das auch. Das ist auch nicht einfach. Ich bin weg. Ich bin gut. Schnell, wieder rein. Ja, was, ähm, geil, dass das Spiel grad so am abkacken ist, also ich störe, bin grad richtig am sterben. Ähm, ich muss hier, wo sind denn die ganzen, so, ja, der kann ich gleich aufgeben, oder? Wahrscheinlich kann er kommen. Wir haben eh gleich alle, dann kriege ich eh gleich zum Heli. Leute, wir sind jetzt noch ein Gegner. So, 41. Schießen wir weiter auf den Heli. Was verraten sie mich hier alle, Alter? Ah, da hinten war das. Okay. Wir haben alle Kanister. Verstanden. Los, Leute. Rein in den Heli. Es wird heiß. Hier. Oder soll ich eher sagen, stickig. Warte, hier. Go, go. Oh, Shadows. Oh, wir müssen ein Rollenspiel hier nicht machen. Los, Leute, los, 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 los. Rein hier mit euch. Rein, rein, rein. Boah, ich hab mir ein Gespräch hier so rum. Oh, aber ich hab, glaube ich, den Heli genommen, wo die wenigsten kommen. Los, Leute, los, 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 los. 8 Sekunden genug. Boah, Leute, was denn da explodiert, Alter? Komm, 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 komm. Shut your mouth. Shadows, Mission complete. Gas ist secure. Wow, jawohl. Ja, das ist crazy. Das wäre die Augen drin. Mission accomplished. Jawohl. Gute Arbeit, Shadows. Jetzt ab nach Hause. Ah. Wieder ein traumhafter Job. Geschafft. Aber ich will das noch sehen. Explodiert er jetzt irgendwas? Da ist was explodiert. Kanister ist in der Drums. All Gas ist secure. Ja. Tak toschno, Kommandir. Imikate pod kontrolem. Start. Hey. Who are you talking to? All is clean. Kommandir Makarov. Vraki liquidированы. Modern Warfare Free. Ich konnte jetzt euch leider den ganzen Trailer nicht zeigen, weil das ein bisschen Copyright war. Es war Copyright. Und natürlich hier die Deluxe Edition mit 100 Euro. Das habe ich schon gesehen. Werde ich mir den natürlich nicht holen. Ich werde warten, bis das Ding erstmal gesailed ist. Oder wird wahrscheinlich erstmal Warzone anspielen. Die neue Warzone Map. Und dann werde ich mal gucken. Also in die Kampagne und so. Und dann, wenn es mir gefällt, dann werde ich es mal auf mir hin verholen. Aber es klang schon alles super. Jawohl. Schön viel Punkte. Leider nicht weiteren Token. Also alles schön. Genau. Pre-Order kann ich auch machen. Aber wenig. Ganz einfach. Ähm. Ich will noch ein bisschen bei der M13C gucken. Kann ich da noch? Ja. Jetzt kann ich eine Underbarray machen. Bisher kann ich noch gar nichts machen. Anyway. Ich will aber jetzt hier erstmal den Part beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diesen kleines Event. Und wenn es euch gefallen hat, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hallo rein. Tschüss.